willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's be the clash of friends mit mir im torsten auf dem rathaus 10 ich habe heute mal wieder so ein bisschen live action mit euch vor vorab wollte ich aber kurz einmal auf so coole pakete hinweisen es gibt die zwei pakete cyber special ist das vom cyber monday also an diese ganzen cyber und black friday geschichten muss ich ehrlich gestehen glaube ich nicht wirklich hierbei klatsch of clans kann ich mir das schon vorstellen dass das ein ganz gutes angebot ist ich weiß zwar nicht was jetzt die schippe mit dem buch der helden zu tun hat aber ich weiß auch nicht ob das ich glaube das angebot ist ganz in ordnung denn das buch kostet minimal 500 jams wenn der händler es hat und 500 jams kosten hier schon was gucken 549 also das ganze bekommt man hierfür 229 deswegen glaube ich ist es schon angebot was so eine schaufel ist kostet weiß ich jetzt gerade aus dem kopf nicht das andere angebot kann ich mir vorstellen dass das für den einen oder anderen auch interessant ist ich meine es sind immerhin drei runen und vor allen dingen die rune des dunklen elixiers wer es sich schon mal gegönnt hat könnte mir gerne mal in die kommentare schreiben ob es wirklich jemand gibt der die schon für 3000 jams dem händler abgekauft hat ich noch nicht ich würde es auch nie machen für 3000 hallo und aber 3000 beziehungsweise was kriegt man eigentlich für für 21 99 und wenn die 3000 kosten soll da muss man schon richtig was hinlegen für immer gerade so 2500 bezahlt man 21 99 und dieses paket hier kostet 21 99 also lohnt sich glaube ich auch da in jedem fall aber ich denke mal nur für die die jetzt tatsächlich für 3000 sich diese rune gönnen ist das auch gutes angebot also beide angebote finde ich sind in ordnung gönnt sie euch oder gönnt sie euch nicht das sei mal ganz ganz euch überlassen aber ich denke mal das ist in ordnung ich bin mal gespannt was es jetzt demnächst noch für nette angebote gibt vor allen dingen am black friday ja ich wie gesagt ich glaube da nicht wirklich dran dass es sowas gibt aber egal wir wollen heute ein bisschen was live machen und vorher üben war war denn ja mal mal wieder leide ich leidige box base ich habe gestern schon auf eine box base erstmal war diese hier 88 prozent hingelegt müsst ihr gucken auf twitch live stream da ist das so ziemlich am ende und ja die muss ich die würde ich jetzt heute noch mal gerne angreifen hier auf den djc hier und wenn man sich angucken das ist so eine wie soll man sagen so eine art klassische doch klassische box base so ein bisschen umgewandelt hier in der mitte denn hier ist das rathaus noch mal eingezäunt so will ich es mal nennen das ist bei den anderen box bases die man so kennt da steht das frei und da sind vielleicht die felder der boxen so ein bisschen größer aber ich habe halt mal wieder sorge dass meine karre nicht richtig durchkommt dass mein funnel nicht richtig funktioniert dass ich nicht bis hierhin komme also bis zum rathaus mit meiner karre und 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 das ist es ist immer also ich tue mich da unheimlich schwer vor allen dingen wenn die truppen quer laufen hier ist ein elektro drachen drin glaube ich in der clan burg und ein ich glaube hier ist ein ein loon drin ich muss mal gerade gucken ich mache das mal eben auf vierfach dann sehen wir das gleich was da raus kam oder raus kommt an den drachen drachen und elektro elektro golem alles klar toto truppen idee ein eis golem ok naja ja ich würde sagen ja ich muss ich muss erst mal noch heute ein bisschen üben damit und wird sagen ich suche mal gegner und wenn ich den eingefunden habe dann vielleicht so eine ähnliche base dann gehe ich wieder rein also kurzer cut würde also bei aller liebe ich muss jetzt echt mal sagen ich ihr könnt euch nicht vorstellen euch würden die augen tränen wenn ihr sehen würdet wie viel lot ich hier die ganze zeit weg skippe das geht gar nicht und da blutet mir das herz muss ich mal so sagen das geht das geht nicht deswegen wir üben einfach mit den hochradern ja wie immer mit den hochradern und guck mal dass wir hier so eine base irgendwie machen können ich check mal dass wir hier außen die lager weg bekommen dass wir hier so ein bisschen rein fallen können mit unserem golem mal sehen wo können wir den hinschicken den hauen wir direkt auf die queen drauf nehmen hier ein paar bowler dahinter und die karre noch magier unsere helden und dann geht das denke ich hoffe ich mal rein in die base hier je nachdem wo die helden hinwollen okay die wollen auf jeden fall schon mal schon mal in die richtigen in die richtige richtung die karre dafür bräuchte wo das sind ein paar valküren drin die zieht auch ganz gut durch der hat jetzt natürlich keine klaren burg das macht aber nichts kaum karre geht er noch durch die mauer durch den wut haben wir hier rauf dass das in jedem fall was wird und dann würde ich sagen gehen wir von der gegenüberliegenden seite mal mit unseren hocks rein hier beim king denn der könnte jetzt den gifter vertragen das richter jetzt auch und dann müssen wir jetzt hier einmal durch heilen ich habe noch mal drei rockrider hier die mitte ist schon wieder so hart verteidigter queen darf ich nicht vergessen gleich so ich würde sagen alter der king der geht mir schon wieder so offen nüsse da mann o mann o mann guckt euch das mal an was der wieder wo der wieder rumeiert das geht gar nicht echt nicht naja kommt da den einen lohn und dann können wir hier denke ich mal ab hier ein bisschen mit clean up beginnen ich muss den heil hier noch noch mal werfen sonst pack sonst was sonst haut das nicht hin mit den medien hocks hier schaffen die das da noch nur noch den inferno turm und dem magerturm und den den kleinen x bogen auf der letzten rille hier meine hocks komm mach das alter falter das geht gar nicht das besser das war jetzt verboten ehrlich mann 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 zwei stück nur die werden glaube ich nicht mehr überleben die werden doch noch in irgendeine falle tapsen oder ane doch nicht da gibt es jetzt ein bisschen lack für den king er wollte er ist auch glücklicherweise ist der weg mann 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 alles klar okay den lud muss ich hier mitnehmen echt leute ich konnte nicht mehr skippen es hat mir ich habe hier so 800.000 oder 900.000 teilweise weggeklickt nur um eine box base zu suchen vielleicht ich bin wahrscheinlich ein bisschen zu tief in der liga als dass ich hier auf ck basis treffer aber ich kann ich konnte die 7000 tut es jetzt sehr sehr gut gebrauchen denn ich muss noch ein bisschen forschen habt ihr vielleicht gesehen mein golem muss hochgehen zumindest mit den 10er accounts hier und dafür brauche ich auch immer noch so ein bisschen was denn der kostet hier 90.000 90.000 also ich mache ich hatte euch jetzt noch mal frage noch mal meine meine truppen hier an meine karte an und dann machen wir halt kommen wir machen einfach den live angriff dann ja na das nenne ich jetzt aber mal ein skandal das spiel schließt in ein paar minuten ok es sind keine für eine kurze wartungspause sind keine angriffe ich bin mal möglich ist denn ich bin mal gespannt was es nach der wartungspause gibt also ich wollte es gerade sagen bleibt einfach dran dann schneide ich das schon mal zusammen was ich jetzt habe und aber ich kann dann auch nicht angegriffen werden ist vielleicht auch ganz gut für den heldenreck und dann wird das in jedem fall was dann habe ich jetzt keinen rang und muss jetzt irgendwelche tränke nehmen damit das schneller geht oder so dass ich ja auch mal irgendwann durchkomme also noch mal jetzt kurzer karte und dann sehen wir uns nach der wartungspause wieder ok freunde es gab irgendwas mit winter aber es gibt noch keinen winter ladebildschirm ok es gab ja auch kein halloween ladebildschirm aber irgendwas ist ja gewesen aber ich habe das bildchen jetzt eben komischerweise weggedrückt aber ich habe schon gesehen winter jam 50 prozent kostenreduzierung für alle home village buildings also für alle gebäude und für die mauern ist der hammer zwölf tage zeit leute macht die mauern fertig sie kosten hier jetzt auf level 10 für den rathaus 10 hier nur noch eine million gold oder elex und ich habe jetzt eben bei meinem elfer mal geguckt mit mit pass vor allen dingen kosten die auf den nächsten level nur noch 1,6 million also die nächsten wochen wissen was ich davor habe gar keine frage und wir gucken aber trotzdem mal in dieses nette nette wie rein also es ist wirklich super super gelungen fand finde ich und in den 50 sekunden zeigt super erstell mal wieder dass sie ja doch den den charme im nacken haben oder den schalke im nacken haben also wer sich sowas auch immer einfallen lässt auch damit mit dem curl und ist schon wirklich sehr sehr genial der barba der hier alles wegsmasht mit der walküre die sich da auch dreht und ach das findet ihr zu niedlich den den kobold da aber ooo sehr witzig der der meiner dort und der marge wird richten also auch das passt richtig gut jetzt geht es natürlich nicht mehr auf eis weiter und er ist sich sein ist sicher aber am ende kommt der winter jam kommt nämlich der riese noch mal also richtig gut 50 sekunden hier das konnten wir uns jetzt mal gönnen würde ich sagen und wir wollten aber noch einen live angriff machen das muss ich eben mal raus machen so wir wollten ja live angriff machen ich habe meine connection verloren warum eigentlich warum verliert mein ding immer manchmal hier die connection ist wahrscheinlich so okay dann gehen wir mal rein ins geschehen ihr habt ja die base eben schon gesehen und und ich gehe noch mal tief in mich bevor ich die jetzt angreife okay leute nutzt alle nix wir attacken die base jetzt ich habe eigentlich alles dabei mein golem wird wieder fürchterlich laufen das weiß ich jetzt schon aber schauen wir mal wie wir uns hier durchschlagen durch die box base hier ich bin jetzt gerade von was ganz anders von etwas ganz anderem gerade so richtig angehypt und okay also der golem hier wird jetzt auf den magerturm gehen das ist nicht schlimm das soll er auch ruhig und meine karte soll hier aber ganz gut durchgehen das lager da muss in jedem fall weg und hier schicken wir die karte rein die bowler gehen hoffentlich jetzt auch richtung hat das lager da noch weg kommt macht das lager da noch weg das lager da muss weg ich setze ihn mal etwas höher hier ja auch die gehen ganz gut durch glaube ich und die kriegen da natürlich richtig heftig feuer mal sehen wie weit die karte sich hier durchschlagen kann mit mit den mit den walküren die kommt da ich will sie jetzt nicht er aufmachen okay da kommt raus und da ist es das gewesen okay die gehen jetzt nach da dann nehmen wir hier die hocks rein wir nehmen hier die hocks rein und auch von hier die hock rider rein und der erste flächenschaden lauert hier auf uns da lauerte erste flächenschaden außen nehmen wir noch 123 hocks mit rein da kommen jetzt auch schon wieder die ersten nervigen fall mal sehen wo die hocks weiterhin gehen die werden hier weiterhin gehen queen nicht vergessen und mal gucken wo die weiterhin hüppeln da geht es weiter lang da geht es weiter lang queen ist noch dabei die hocks gehen jetzt schon hier in die richtung die doppel die doppelkanone da ist heavy die ist echt heavy aber wieso steht denn der inferno da noch warum steht der inferno tun da noch mann 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 und mal sehen ob ob die sich den skeletten nicht jetzt annehmen kommt ihr magier da die skelette nimmt die skelette doch mit ich habe noch ein bogey den muss jetzt hier oben mal setzen für clean aber das wird wieder nicht reichen meine queen wird es nicht schaffen und die hocks weiter sind jetzt schon alle wieder weg da unten steht noch in inferno also wieder mal nicht geschafft diese scheiß box base hier mann 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 so eine kacke zweimal zwei sterne das hilft natürlich überhaupt nicht und auch wieder hier die ganzen bomben die ganzen skipper ich weiß gar nicht die haben sich wieder so doof aufgeteilt vielleicht sollte ich sie doch nicht so gesetzen sondern echt alle auf einen haufen hier rein spam oder das ganze ding hier vielleicht einfach mit luft machen das ärgert mich schon wieder aber 68 prozent ist jetzt hier kein freshhit gewesen sondern das war jetzt schon der zweite angriff auf diese bs hier mit weniger prozent wahrscheinlich glaube ich als dass die kleine hexe diese bs hier gemacht habe ich gucke mal da hat der dirk war es der dirk hat hier mehr prozent darauf gebracht ärgerlich ich weiß ich wollte jetzt gerade sagen ich bin jetzt ein bisschen abgelenkt von dem dingen hier von dem winterfest denn denn das rathaus kostet nur dreieinhalb lasst euch überraschen was ich was mir einfallen lassen die nächsten zwölf tage neue account alle accounts machen die mauern hier oder was auch immer ich hoffe die folge hat euch trotzdem gefallen ich muss jetzt noch mal den titel ein bisschen umstricken eigentlich sollte es etwas anderes sein aber ich glaube das winterfest passt ganz gut und lasst euch also überraschen was da kommt es kommt was großes auf uns zu stand ja auch in dem text und klar das winterupdate steht in den start schon und zwölf tage läuft jetzt erst mal dieses event hier zwölf tage 22 stunden also 13 tage wenn wir jetzt mal weiter rechnen nach dem 15 soll das update kommen da kommt sicherlich noch was zwischendurch oder davor lasst euch überraschen ob ich vor allen dingen alle mauern fertig habe wenn euch die folge trotzdem gefallen hat dann lasst mir am ende einen daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen glocke stellen und dann sehen wir uns vor allen dingen abends in den live streams auf twitch.tv bis dahin euer toto clasht